Im neuen BMW 2er Active Tourer stehen die MyModes Personal, Sport und Efficient zur Verfügung. Über die MyModes kannst du ein voreingestelltes Fahrzeug-Setup auswählen. Dabei verändert sich sowohl das Innenraumambiente, wie zum Beispiel das Interieurlicht, aber auch Antrieb, Fahrwerk und die Lenkung. Am einfachsten kannst du die MyModes über die Sprachsteuerung aktivieren. Hey BMW, aktiviere Efficient Mode. Der Efficient Mode hilft dir wirklich effizienter unterwegs zu sein und bietet sich an für Landstraßen oder Stadtfahrten. Der Personal Mode umfasst ausgewogene Fahrzeugeigenschaften und du kannst dir das Innenraumambiente und die Interieurbeleuchtung sowie die Anzeigen individuell anpassen. Im Sport Mode ist dein BMW 2er Active Tourer dynamisch vorkonfiguriert. Gaspedalannahme, Fahrwerk, Lenkung und Getriebeprogramm sehr knackig und direkt. Finde doch selber mal heraus, welcher Mode dir am besten gefällt. Gaspedalannahme, Fahrwerk, Lenkung und Get Vielen Dank.